Ja, das war schon die letzte Projektgruppe. Einen Dank haben wir noch auszusprechen, die haben wir vorhin noch vergessen. Das machst du? Ja, das Walk, das hier für das Streaming sorgt und dafür, dass ihr euch nachher auch die Präsentationen noch angucken könnt auf dem Jugendhakt YouTube-Channel und im media.cc. Nicht zu weit weg, wir machen noch ein Foto. Genau, die Mentoren noch nicht abhauen. Ja, danke an euch, dass ihr das festhaltet und streamt für uns. Danke und auch nochmal einen Applaus bitte. Ja, dann danken wir uns nochmal ganz herzlich für ihr zahlreiches Kommen. Die Hütte ist ja voll, das ist schön, das freut uns, wenn so viele Interesse daran haben, was die Jugendlichen Tolles machen. Wir danken ganz herzlich den Jugendlichen für ihre ganzen tollen Ideen und auch dafür, dass sie immer so nett sind. Die sagen immer, nett, bitte, danke, sind wirklich, das muss man einfach sagen, das haben wir nicht bei jedem Jugend-Event. Ihr seid einfach klasse mit euren Ideen und mit eurer netten Art. Das macht echt jedes Jahr Spaß und ich freue mich auch, dass so viele Wiederholungstäter kommen, dass es uns doch zeigt, dass wir irgendwie eine gute Atmosphäre schaffen. Und ja, danke dafür. Applaus Ich bekommt meinen Teil an du Marder. Ich sind immer eine sehr frohe Liege. Wir haben die Frage mit den Bericht am réfligen, und die beiden in zehnmacheabetes anewahmen in der gute fuckts- haulen, die People-Version. Die ganze Church liegt in der Schiedarme. In der Mitte amels hvis mittels zu bele afternoon. Und ja, es macht das�� Hamm des Lettersphäre ab.